Was ich Ihnen heute präsentiere, ist nicht nur eine Immobilie, sondern vielleicht Ihr zukünftiges Zuhause. Ganz neu und exklusiv bieten wir hier Ihnen zum Kauf ein Einfamilienhaus in Grefelfing an. Sie sehen hier schon das große Grundstück, optimale Südausrichtung, drumherum herrliche Ruhe. Und dennoch haben Sie hier eine sehr zentrale Lage, also kurze Wege. Hier haben Sie jede Menge Platz, um Feste zu feiern, um zu entspannen. Schwimmbad ist schon inklusive, auch ein großer Freisitz. Das Haus selber hat 6,5 Zimmer, knapp 200 Quadratmeter Wohnfläche, ist über das Dachgeschoss noch entsprechend ausbaubar und das Haus wurde auch fortlaufend gepflegt. Also hier gibt es jede Menge Fläche und Möglichkeit, Ihr nächstes Kapitel zu schreiben. Bei Interesse melden Sie sich jetzt.